Hallo Leute, heute in Elektrodein 5 Minuten. Wir möchten hier 111 mal 32 berechnen und zwar nicht klassisch, sondern mit dem sogenannten Stricheverfahren. Wie geht das? Also hier die 1, 1, 1 bedeutet drei Striche. Einmal hier, zweimal hier und dreimal hier. Die 3 bedeutet hier 1, 2, 3 und die 2 bedeutet zwei Striche. 1, 2. Jetzt müssen wir noch die ganzen Punkte hier zusammenzählen. Dann macht hier 1, 2, 3, macht hier 3. Dann hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, macht hier 5. Und hier 1, 2, macht hier die 2. Das Ergebnis bekomme ich 3552 heraus.